Schalom und Gottes Segen für dich, für dein Leben. Und es ist so wichtig, dass du frei bist, Gottes Segen zu empfangen. Denn Gottes Segen ist etwas Wundervolles. Gottes Segen ist deine Versorgung. Gottes Segen ist dein Gelingen in allen Taten. Gottes Segen ist dein Wohlstand, seine Gesundheit, seine gesunde Beziehung. Gottes Segen ist dein Heil. Aber wie führst du dein Leben? Lebst du vollkommen unter Gottes Segen? Viele Menschen wissen gar nicht, wo sie Dinge, Energien, Geister in ihrem Leben haben, die sie von Gottes Segen eben abhalten. Und es gibt nur einen Gott, einen Schöpfer. Wir sind in ihm begründet. Wir sind seine Geschöpfe, wir sind seine Kinder. Und er möchte, dass du gesegnet bist. Es ist ja auch aus Liebe strafend. Und die größte Strafe ist, dass er still ist in unserem Leben und seinen Segen von uns nimmt und der Fluch über uns liegt. Und ich möchte dir heute, nachdem ich dir ein erstes Video, das vorangegangene Video, dazu gemacht habe, möchte ich heute näher eingehen auf die Dinge, die sich zeigen, wenn du in deinem Leben bestimmten Bann hast. Macht, Flüche, Eide, Schwüre, Gelübde, Geister, die in deinem Leben wirken und eine Kontrolle haben, eine Macht, eine Vollmacht in deinem Leben haben. Auswirkungen davon sind manchmal subtil, aber in anderen Formen auch schon wirklich, wirklich, wirklich tödlich in einigen Lebensbereichen. So haben wir speziell bei Frauen starke Menstruationsprobleme bis hin zu Kinderlosigkeit, Unfruchtbarkeit. Wir haben Probleme dabei, die Weiblichkeit anzunehmen. Es gibt Krankheiten, die über Generationen beschwerden, die über Generationen weitergegeben werden, wo der Mensch heute sagt, das ist eine Erbkrankheit, das ist erblich bedingt. Und ja, das ist erblich bedingt, aber es ist eher ein Generationsfluch und er kann von dir genommen werden. Und er sollte von dir genommen werden. Dann gibt es finanzielle Not, finanzielle Probleme, Mangelerscheinung, ein Tod von Beziehungen und immer wieder Zerstörung im Leben. Ja, dass jemand etwas aufbaut und an einem Punkt, an dem er endlich eine Form von Erfolg verspürt, wieder heruntergerissen wird. All das sind Anzeichen, und es gibt noch so viel mehr, sind Anzeichen von Flüchen in verschiedener Ausprägung. Und was ich dir hier gebe, soll dir Vollmacht geben. Und es soll dir keine Angst machen. Viel mehr Angst solltest du haben, die Dinge nicht zu wissen und unbedarft an etwas hineinzustolpern. Denn die geistige Welt und die böse, die dämonische geistige Welt, sie ist ja existent. Wir haben den Okkultismus, das ist alles existent. Und es existiert, ob du es willst oder nicht, es existiert. Und wie viel mehr Kraft und Vollmacht hast du in deinem Leben zurück, in Christus, von Gott gegebenen Segen, wenn du die Dinge annimmst und so in deinem Leben und aus deinem Leben heraus verbannst, dass es keine Kraft mehr hat. Es gibt einen Ausweg. Und es gibt nur einen Ausweg. Und egal, was dir erzählt wird, natürlich möchte die satanische Welt und Satan selbst dich gerne in diesem Fluch halten, dich gerne im Fluch halten, möchte dich gerne weiter verwirren, aussaugen, deine Kraft nutzen. Natürlich möchte er das. Natürlich. Und er wird alles tun, um dich davon fernzuhalten. Er heißt nicht, denn sonst heißt es der Antichrist, weil er gegen Christus geht. Weil er gegen die Macht des Messias, des Erlöses, Herr Jesus, der Christus. Das ist ein Zusatz. Der Christus ist der Erlöser, der Messias. Und der Antichrist geht dagegen, gegen die Erlösung, gegen deine Befreiung, gegen, entgegengesetzt. Und er tut alles, weil er so einen starken Einfluss hat, um dich von diesem einzigen, dem einzigen wahren, wirklichen Ausweg fernzuhalten, nämlich von deiner Wiedergeburt an Jesus Christus. Und es geht allein um diese geistige Wiedergeburt, so viel Täuschung in dieser Welt. Es geht darum, dass du geistig wiedergeboren bist. In Christus eine neue Schöpfung. Vollkommen zurück unter den Segen Gottes, in seine Versorgung. Ich als Botschafterin, ich habe so oft gefragt, Herr Gott, warum gebrauchst du mich? Ich habe so viel falsch gemacht in meinem Leben. Ich habe so viel falsch gemacht. Aber ich bin auf die Knie. Ich habe um Vergebung gebeten. Ich habe meine Sünden bekannt. Ich habe wirklich, wirklich, wirklich so oft mehrfach hintereinander mein Leben an Jesus übergeben. Und in einem Moment der absoluten Schwäche, in einem Moment, in dem ich absolut in der Hingabe war, weil ich leer war, weil ich keine Kraft mehr hatte, kam Jesus in seiner Vollkommenheit. Und der Heilige Geist kam mit seiner ganzen Kraft und sagte, jetzt, wo du leer bist, kann ich in dir stark sein. Jetzt, mein Kind, wenn du mich, wenn du mich, deinen Vater im Himmel, deinen Gott, deinen Erschaffer, deinen Schöpfer anerkennst, dann kann ich dich schützen. Dann kann ich all den Fluch in deinem Leben von dir nehmen. Dann kann ich all die Verstörung und den Tod von dir nehmen. Und ich werde es tun, weil es ein Versprechen ist. Und das hat er getan. Und er tut es in so vielen Leben bei so vielen Menschen. Bei so vielen Menschen. Wenn du zurückkehrst, wenn du zurückkehrst, wenn du Jesus annimmst, den Christus, als deinen Erretter und deinen Erlöser. Wenn du Jesus annimmst mit all seinen Geschenken, mit dem Opfer, was er getan hat. Aber du musst es aus geistiger Ebene betrachten. Nicht mit menschlichem Wissen, nicht mit menschlichen Programmierungen, sondern das ist es, was du ablegen sollst. Die Welt soll aus dir heraus sterben. Das ist es, wozu du berufen und gerufen bist. Du wünschst dir ein Leben in Freiheit und Erfüllung? Du wünschst dir ein Leben in der göttlichen Versorgung? Dann hör auf, auch Selbstflug über dir auszusprechen. Es gibt verschiedene Formen von Eiden, von Bannen. Und ich sprach auch schon über die Macht der Worte. Aber weißt du, was so stark ist? So stark in vielen, vielen Leben, bei vielen Menschen, in vielen Beziehungen, in vielen Lebensbereichen, ist der selbst auferlegte Flug. Vielleicht kennst du es, vielleicht hast du es auch schon über dir auf dich auferlegt. Ich bin arm, ich bin schwach, ich kann das nicht. Ich bin krank. Weißt du, wenn du das in deinem Leben hast, dann korrigiere auch da, ich fühle mich krank, aber du bist nicht krank. Du bist ein unendlich geliebtes Kind Gottes. Und du sollst und bist berufen Nachfolger, Jesus Christus zu sein. Du bist an seiner Stadt, hier auf der Erde. Und du sollst seine Kraft leben. Er will durch dich leben. Der Heilige Geist will dich erfüllen. Der Vermittler, die Wahrheit, der Vermittler zwischen Gott, Vater und dir. Der Heilige Geist, der in dich kommt, der deine Räume erfüllt. Jesus Christus, der als hohe Priester und König zur rechten Gottes sitzt. Verstehst du? Er hat für alles gesorgt. Er hat alles vorbereitet für dich. Und du sollst das Himmelreich Gottes auf die Erde bringen. Aber wie kannst du es tun, wenn du Tod über dich selbst aussprichst? Wie kannst du es tun, wenn du deine Vollmacht nicht annimmst? Wie kannst du das leben, wenn du die Welt betrachtest und sie Herrscher über dein Leben sein lässt? Nun ist Schluss damit. Entscheidest du das? Kannst du vergeben? Kannst du zu einem Nachfolger Jesu werden, indem du Gott in dein Herz lässt und Jesus und den Heiligen Geist zulässt, dass dein Herz und dein Leben und zuerst in erster Linie du so verändert wirst, dass du wahrhaftig anfängst, deine Feinde zu lieben, für sie zu beten? Jeder kann, jeder kann Situationen annehmen, die leicht sind. Ein Leben leben, was vollkommen fröhlich ist. Aber die wenigsten haben es wirklich. Es gibt immer Schmerz, wenn wir außerhalb von Gott leben. Es gibt immer Herausforderungen und es gibt immer, immer, immer Tod, Krankheit, Störung, Leid. Immer. Und vielleicht siehst du es nicht, weil der Mensch sich dir nicht offenbart, aber weißt du, wie sehr er in seiner Seele leidet, weil er sich von Gott entfernt hat und Gott leise ist in seinem Leben? Und weißt du, wie viele Menschen Fluch über andere bringen? Vielleicht hast du dich mit Okkultismus beschäftigt und hast so Fluch in dein Leben gebracht. Schwarze Magie, Karten legen, pendeln, Engel, die sich als Engel des Lichts tarnen und ja, auch Namen der Botschafter Gottes verwenden, nachdem es nicht sind. Komm zurück zu Jesus. Nimm ihn in deinem Herzen an, bekenne mit deinem Mund und werde alles los. Alles. Seier rettet jeden Fluch. Jede Sünde. Alles. Jede Krankheit, jeder Mangel, alles ist von dir genommen. Aber es ist deine Wahl. Es ist deine Wahl. Und wie gesagt, sehr vorsichtig. Wenn der Antichrist, der in den Menschen genauso aufersteht wie Christus, versucht alles, um dich einzuverleiben, dich zu behalten, sich von dir zu ernähren, weil er akzeptiert Gott nicht. Er rebelliert. Er ist die Rebellion. Er ist der Widerstand. Er ist der Tod, es ist die Zerstörung. Denn er agiert immer gegen die Schöpfung Gott Vaters. Wenn du dich nun fragst, was kann ich tun? Übergib dein Leben an Jesus der erste Schritt. Wenn du mehr wissen möchtest, schau dich in der Beschreibung des Videos um. Komm in die nächste 22-Tage-Reise, in der du täglich Fashion zum Pulse Offenbarungen bekommst, der Heilige Geist, der diesen Raum erfüllt und dich freien wird. Buch dein kostenfreies Seelen-Mentoring. Schau, schau, wohin dich der Heilige Geist jetzt führt, wenn du ihn bittest. Denn der Befreiungsdienst, der Dienst der Heilung, der Dienst im Sinne deiner Wiedergeburt, für den Gott mich gebraucht, den sollst du annehmen. Aber ob du es tust, deine Freie Wahl. Abonniere den Kanal, teile dieses Video gern und schaue es dir nochmal an und fühle mal ganz tief rein, in welchem Lebensbereich du Gottes Segen stärker empfangen möchtest. Amen. Immer wieder fragen mich Menschen, Miriam, was kann ich tun? Wie kann ich mit dir zusammenarbeiten? Wie komme ich in deine Begleitung? Wie kann ich in die Gemeinschaft im Background in der Akademie? Wie kann ich dazu kommen? In den Beschreibungen der Videos findest du die Links. Aber schau dich gern um. Ruf uns an, kontaktiere uns, buche dir ein kostenfreies Seelen-Mentoring, eine kostenfreie Heilreise, eine Art Seelsorge, die dich wieder verbindet, die dich wieder die Stimme Gottes hören lässt. Und sei gern Teil der Reise, der 22-Tage-Reise, Divine Manifestation-Leber aus der gottesreichen Quelle oder aber informiere dich in dem Seelen-Mentoring über die Kurse, die dir in der Akademie zur Verfügung stellen. Wir geben Lehre, wir schaffen ein Gemeinde- und Heilzentrum und es wird noch so viel mehr entstehen. Also werde Teil, abonniere unsere Newsletter und sei unbedingt dabei auf dieser Reise. Werde Teil Christi zum Leib Christi. Sei der Arm, der Fuß, der Finger, der Mund, das Auge, denn all das möchte gelebt werden. Gott möchte durch dich in diese Welt kommen. Amen. 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 Amen.